Alpha Rebell Aloha Schifters Perlen des Verlangens Buch 6 Alles, was die Drachengestaltwandlerin Cynthia Brown wirklich will, ist ein sicherer Ort, an dem sie ihr Kind aufziehen und sich von einem bitteren Verrat erholen kann. Als Cal, ihre erste und einzige Liebe, unerwartet auf Maui auftaucht, weckt er in ihr ein ganz anderes Verlangen. Aber der Ärger ist ihm, wie üblich, dicht auf den Fersen. Cal Sittler hat ein Jahrzehnt damit verbracht, die einzige Frau, die er je geliebt hat, heimlich zu beschützen. Cynthia mag für ihn hoffnungslos unerreichbar sein, aber er wird sie niemals aufgeben. In seinen Träumen rauscht er mit seiner Schicksalsgefährtin auf seinem Oldtimer-Motorrad in den Sonnenuntergang. Im wirklichen Leben, nun, nicht jeder Wolfsgestaltwandler bekommt ein Happy End. Schon gar nicht ein Kerl aus dem Armenviertel. Und ganz sicher nicht, wenn die Gefahr überall lauert, selbst in einem sonnigen Inselparadies. Böse Gestaltwandler-Mächte versammeln sich, um den hawaiianischen Rückzugsort anzugreifen, in dem Cynthia und ihr kleiner Sohn Zuflucht gefunden haben. In ihrer dunkelsten Stunde ist Cal bereit, das ultimative Opfer zu bringen. Die Zukunft aller Gestaltwandler steht auf dem Spiel, und selbst die Helden der Spezialeinheit von Koa Kea, Drachen, Löwen, Wölfe und Bärengestaltwandler, werden Hilfe brauchen, um diesen Kampf zu gewinnen. Stellt Cal die ultimative Gefahr dar? Oder ist er Cynthia's einzige Hoffnung? Stellt Cal die ultimative Gefahr dar? 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 Stellt Cal die ultimative Gefahr! Untertitelung des ZDF, 2020